Einen wunderschönen guten Tag Leute, wir befinden uns gerade vor dem Kölner Dom, da vorne sitzt Felix. Naja, indirekt ja. Indirekt ja, wir sind jetzt mit dem Longboat hier, weiß ich ob man das sieht. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen in die Stadt, ein bisschen cruisen. Und jetzt gehen wir noch die anderen abholen. Oh ne, da hat gerade nicht ernsthaft ne Taube runter geschissen, Alter. Da kacken da oben auf dem Baum sitzen die Tauben und kacken die ganze Zeit runter. Da hat er gerade hingekackt, Alter, ich glaub wir gehen hier mal lieber weg. Ja, wir gehen mal lieber weg hier, sonst wird die Kamera noch voll gebeten von den Tauben. Boah, das ist eh klar. Boah, das ist eh klar. Alles klar, dann würd ich sagen, einfach mal sehen wir uns später wieder. Alles klar. Ich kann mit deinem Bein fahren. So, wir sind gerade auf der Hovenzollernbrücke. Hier ist der Felix. Servus. Wir waren gerade eben noch in der Stadt, wahrscheinlich gehen wir jetzt noch essen. Die anderen hat man wahrscheinlich, glaub ich, jetzt nicht gesehen im Vlog. Aber das macht nichts, jetzt kommt wieder ein Zug. Der ruiniert mir wieder meinen Vlog. Alles klar. Und es sind nur 30 Cent, Leute. Ich glaub, das hab ich doch nicht erklärt, wieso. Das mach ich vielleicht später nochmal. Und dann würd ich jetzt sagen, haus rein, wir sehen uns später nochmal. Abonniert mich, genau. Abonniert ihn, genau. Alles klar. Alles klar. Und dann würd ich sagen, sehen wir uns später wieder. Tschüss. Es ist so geil hier entlang zu fahren, Leute. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Ganz ehrlich, einfach nur Wahnsinn. So, wir sind jetzt beim Subway und ich gönne mir jetzt ein belegtes Brot. Sebi filmt auch gerade. Vlogception. Vlogception. Alles klar, Legias. Alles klar. Und wir werden jetzt noch zur Gamescom After Show Party gehen. Mal gucken, was da so aufgeht. Und dann würd ich jetzt sagen, sehen wir uns später nochmal. Und jo. Wir sind jetzt irgendwo unter einer Brücke. Und sind auf der Suche nach dem Bootshaus. Toll. Hier ist keine Sau. Kein Mensch rundherum. Einfach niemand. Was ist los? Einfach kein Mensch hier. Wir sind verloren. Ja. Wir sind verloren. Ficken. Ficken. Genau. Und ja. Mal gucken, ob wir es finden. Und ja. Dann sind wir uns drüben wieder. Ficken. Was ist das hier Leute? Hier ist ein fucking Strand. Das sind Teile der Gamescom. Wahrscheinlich ein Strand. Natürlich ein Strand. Mit Meer. Mit Meer. Hier mit Meer. Teile der Gamescom. Die habe ich noch nie gesehen. Und ich habe ein fucking Presse-Ticket und komme da nicht rein. Was soll das? Mann. Was gedacht meine Wertfreunde. Willkommen zu einem neuen. Nicht Blablok. Sondern. Wer ist dein Kanal? Fabe. Fabe. Alles klar. Wir bringen uns hier am Kölner Dom. Es ist eine wunderschöne Nacht am Freitag. Freitag. Genau. Und ich grüße euch. Und alle Zuschauer von Fabe. Viel Spaß. Fragt nicht Leute. Wieso wir jetzt immer noch hier am Dom sind. Auf gut Deutsch. Okay. Ich sage es euch auf gut Deutsch. Ich war jetzt hier mit dem Longboat. Weil die anderen vorne hier drüben einfach zu dumm waren. Und nicht gecheckt haben, dass die Party wo wir eigentlich hinwollten, die war gestern. Toll. Wir waren am Boothaus und die war einfach gestern. Toll. Hierfür Zinnracks. Alles klar. In der Beschreibung verlinkt. Ich sage es nochmal. Und das soll es aber auch schon gewesen sein mit dem Vlog. Falls es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Würde mich richtig freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ach ja, abonniert mich. Genau. Abonniert mich. Alles klar. Und dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ich möchte auch in den Vlog. Der Typ ist echt geil. Also abonnieren und dann passt die Sache. Also der nicht. Also ich auch. Aber der ist auch. Genau. Von dem her passt. Liken und abonnieren. Und bei mir vorbei schon. Verlinken. Ja. Alles klar. Alles klar. Ciao. Ciao.